hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ich möchte heute mit euch über buchboxen sprechen ich wurde nämlich in der letzten zeit vermehrt dazu gefragt während ich ein oder als ich gerade ein unboxing hochgeladen habe was das denn für buchboxen sind wo man die herbekommt was da drin ist und so weiter und so weiter und das habe ich jetzt einfach zum anlass genommen einfach mal mit euch darüber in meinem meine meinung zu video zu sprechen ich denke das ist ein format da funktioniert das relativ gut ich habe heute auch eine buchbox bekommen die kann ich mit euch zusammen auspacken und dann seht ihr mal live und in farbe wie das so vonstatten geht und was da drin ist und 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 ja starten wir vielleicht einfach mal mit der frage was ist eine buchbox ja gerade im selfpublishing bereich ist das ein gern gesehenes werbemittel sag ich jetzt einfach mal weil man darin artikel packen kann die zum buch passen die den inhalt irgendwo vielleicht ein bisschen wieder geben die vielleicht auch im buch vorkommen ich kann jetzt mal zum beispiel von mir sprechen als autorin im selfpublishing bereich ich habe zu meinem debütroman love me girl eine buchbox gemacht darin enthalten war ein armband mit einer schildkröte dran wenn ich dran denke blende ich euch hier noch ein weil in dem buch schildkröten vorkommen ich möchte jetzt nicht so viele details verraten dann habe ich ein rezept für eine italienische pasta schön designt und mit dazu gepackt und passend dazu ein eine kräuter mischung die zu diesem rezept passt in so reagenzgläschen gefüllt dann hatte ich einen schutz engel anhänger drin dann hatte ich schon so lange her das hatte ich noch in meiner buchbox dann hatte ich natürlich lesezeichen drucken lassen und habe die auch mit dazu gelegt also ihr seht da kann man sich wirklich ganz kreativ austoben im selfpublishing bereich natürlich gibt auch buchboxen im verlags bereich da hat der autor oder die autorin nicht immer so viel mit sprachrecht weil das aktionen sind die der verlag plant und wenn die meinung der autorin oder des autoren gefragt wird dann ist das natürlich toll aber es gibt natürlich auch verlage die das einfach ihrer marketing und pr abteilung geben und sagen da haut mal was raus ich habe buchboxen erhalten zum beispiel von gameshow da war drin ein zum zum selbst zusammenbauen da popcorn becher zwei tüten mikrowellen pop popcorn ein kleines goldenes säckchen und ganz viel papeterie zum buch ich habe zu holly black house of night eine buchbox bekommen ich habe zu kira licht's ich bin ein schicksal eine buchbox bekommen ich habe die hier oben auf meinem regal stehen ein paar davon ich habe jetzt geradezu zwei selfpublisher büchern noch eine buchbox kommen ihr müsst einfach mal bei instagram in meine reels schauen weil ich meistens zu den unboxings ein real drehe und das bei tik tok und auf instagram hochlade um den inhalt der buchbox zu zeigen bei summer of the swallow war zum beispiel ganz viel tattoos dabei die man quasi so auf die haut drücken kann mit einem feuchten tuch da war maler total begeistert von also das fand ich auch eine sehr sehr süße idee weil es auch zum buch gepasst hat wenn man das buch gelesen hat weiß man natürlich was für eine bedeutung hat dann was hatte ich noch alles also man kann wirklich alles reinpacken man kann kerzen reintun man kann alles an papeterie reintun postkarten lesezeichen irgendwelche notizblöcke ich habe auch schon eine autorin gehabt die hat notizblöcke mit ihrem logo oder mit ihrem cover als weich als wasserzeichen im hintergrund drucken lassen ich habe schon stifte dabei ich hatte magnete dabei ich hatte sachen zum essen drin ich hatte eine krone ich hatte mal eine krone drin die steht auch hier im regal ich hatte mal eine buchbox da war ein kleiner plastik kessel drin mit edelsteinen ich hatte eine buchbox mit federn das war die legende des phoenix ja kerzen habe ich schon gesagt ich versuche gerade mein ganzes regal zu scannen was davon in der buchbox war zaubertränke manche machen sich die mühe und machen zaubertränke rein dann ja das war es glaube ich so groß aus dem regal aber da ist der fantasie quasi keine grenze gesetzt manchmal sind da sachen drin wo ich mich frage was ist das bei einer fräule zum beispiel hatte mal eine buchbox kommen da war eine haarbürste drin habe ich mich heute auch gefragt ja es passt irgendwo zum buch aber ganz ehrlich nutzt man so eine haarbürste denn wirklich ich weiß es nicht aber ja da gehen die geschmäcker natürlich weit auseinander ich persönlich viele dinge gut die man auch verwenden kann wie zum beispiel kerzen wenn sie mir optisch jetzt nicht so gut gefallen dann benutze ich auch gerne und zünde sie an bei der house of night bei der holly black buchbox da war zum beispiel eine schwarze schwarze diese melierten standard kerzen drin die steht jetzt hier noch im regal aber wenn der winter kommt denke ich schon dass ich die auch anzünden werde dann gibt es natürlich auch buch kerzen mit print außen rum die da ist nur 50 50 chance wenn sie mir gefallen tun sich sie natürlich nicht an wenn sie mir gefallen wenn sie mir nicht gefallen dann zünde ich sie an stifte sind für bei mir auch immer gern gesehen ich hatte mal noch das hatte ich noch ein feuerzeug drin ja postkarten jetzt ja da geht auch immer dinge die man benutzen kann sind hier immer gern gesehen und ich gehe mal davon aus weil dieser buchbox hier weil die markiert ist mit vorsicht glas dass da auch ein glas artiger inhalt drin ist ich würde sagen ich habe jetzt lange genug erzählt was in buchboxen drin sein kann wir packen diese hier einfach mal aus und schauen mal live und in farbe rein was die liebe tanja sich dabei gedacht hat bei dieser buchbox ich sehe direkt schon was was mir gefällt also wir haben hier ein willkommen schreiben herzlich willkommen bei den lichtbringern dann haben wir hier feuerteufel habanero chili könnte es bei sie werden folgt wird es muss bricht lecker das meinte ich mit dingen die man benutzen kann oder essen kann immer gern gesehen das haben wir hier ich würde sagen das ist das glas artige ich versuche hier nicht so viel unordnung zu machen also hier ist was drin also mir fallen jetzt tausend von diesen dingen hier entgegen ich liebe das ja wenn meine ganze wohnung nach so einem unboxen glitzer versuche das ganz ganz vorsichtig zu öffnen das papier ist auch super witzig es ist nicht nur ein glas hatte jetzt gedacht vielleicht ist es so ein teelicht glas oder sowas es ist eine tasse zum buch seht ihr das das ist richtig richtig cool das ist eine richtig coole idee ich weiß zwar noch nicht wer darauf abgebildet ist aber ich finde die idee mega so dann haben wir hier natürlich noch eine postkarte lichtbringern lutz waren du zu fahren der ist da auf der tasse drauf und dann haben wir natürlich auch noch das buch die chroniken des lichtbringers der höllensturz wie ihr seht schon wieder weiße seiten ich weiß nicht was die leute momentan immer mit weißen seiten haben aber ich bin gespannt auf das was mich erwartet ich werde jetzt noch mein aktuelles cr fertig lesen und dann habe ich vor damit zu beginnen und bin tatsächlich sehr gespannt weil ich ja was nun zu fahren geht doch immer sehr begeistert bin jetzt habt ihr mal gesehen was in so einer buchbox drin sein kann die hier war jetzt wirklich mit der tasse sehr sehr außergewöhnlich ich gehe mal davon aus dass die chips einfach nur heißen es ist lucifer der prinz der hölle oder der könig der hölle scharfe chili wir werden es erfahren das hier sind jetzt natürlich die buchboxen die ich von verlag oder autoren zum beispiel zugeschickt bekomme dann gibt es natürlich auch buchboxen die man kaufen kann einerseits bieten manche autorinnen zum release ihres neuen romans welche an zu kaufen dass man quasi das signierte buch vorbestellt und eine gute box dazu bucht und dann gibt es natürlich auch dinge wie buchmädchen chest of fandoms oder bücher büchse wo man sich quasi auch buchboxen bestellen kann da ist meistens dann so ein über thema drüber und was weiß ich das über thema ist fallen angel und dann ist ein buch drin in dem es um gefallene enge geht und dann sind halt goodies dabei die dazu passen ich habe in meinem shop ja auch ab und an buchboxen mal mache ich welche mal mache ich keine je nachdem wie zeitintensiv mein sonstiges leben aktuell gerade ist und muss aber auch sagen dass ich persönlich fast keine mehr kaufe weil ganz oft einfach goodies drin sind die ich nicht brauche die ich nicht will also das ist so ein 50 50 ding die einen lieben sie die anderen finden sie unnötig ich bin tatsächlich auch ganz oft zwiegespaltener meinung ich mache es meistens so ich gucke wenn die box erscheint was drin war und manchmal kriegt man dann noch so restposten zu kaufen oder so einzelne artikel die drin waren die halt bei dem anbieter noch übrig sind kann man dann einzeln kaufen und das bietet sich für mich eigentlich immer ein bisschen mehr an ja das war es jetzt soweit von mir ich hoffe das video war interessant für euch wenn ihr weitere videos dieser art wollt dann schreibt mir gerne themen vorschläge wir hatten schon buchschnitte wir hatten schon hörbücher wir hatten schon wenn buchblogger zu autoren werden und jetzt haben wir einfach die buchboxen das war es soweit von mir das buch verlinke ich euch gerne unten in der infobox ihr wisst wie immer es ist ein affiliate link und wenn ihr darüber etwas bestellen wollt dann kriege ich da eine kleine verkaufsprovision davon das war es jetzt wirklich von mir ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein und habt's fein und bis dann tschüss Musik 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 Vielen Dank.